Ja hallo und herzlich willkommen bei D wie Dividende, dem Kanal für alle Einkommensinvestoren und die, die es werden wollen. Für Dividenden-Sofortrentner gibt es diverse Hochertragsinstrumente, um ein passives Börseneinkommen aufzubauen. Zu diesen Instrumenten zählen unter anderem die sogenannten Yield-Cos, zu deutsch Ertragsgesellschaften. Yield-Cos sind in der Regel Unternehmen aus dem Energiesektor, welche mit eingesammelten Investorengeldern in bereits erbaute und laufende Anlagen investieren. Das können ganz klassische Pipelines sein, vermehrt sind es aber auch Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie. Diese Anlagen, zu denen unter anderem Windparks, Solarparks oder Wasserkraftwerke zählen, haben in der Regel vertraglich festgelegte Abnahmekonditionen mit Inflationsschutz, was für einen hohen verlässlichen Cashflow sorgt. Da die Yield-Cos häufig zur Finanzierung von Muttergesellschaften dienen, wie es auch bei Transalter Renewables und Brookfield Renewables Partners zu sehen ist, haben die Unternehmen keine übermäßigen Wachstumsambitionen und schütten dementsprechend nach Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen den Großteil der Jahresüberschüsse aus. Bei einer fairen Bewertung, also keinem übermäßigen Aufschlag auf den Substanzwert, kurz NAV, ergeben sich dann schnell Ausschüttungsrenditen von über 5%. Durch die Ausgabe neuer Aktien, im Optimalfall zu einem Premium auf den NAV, können Yield-Cos wachsen und zusätzlich Skaleneffekte nutzen, da sich Verwaltungskosten auf mehr laufende Anlagen verteilen. Das führt im Optimalfall langfristig auch zu deutlich steigenden Dividenden und Kursen. Ein sehr interessanter und ebenfalls unbekannter Vertreter dieser Hochertragsinstrumente ist die Investmentgesellschaft der Renewable Infrastructure Group. Das britische Unternehmen, welches wie viele andere Yield-Cos 2013 gegründet wurde, ist in Westeuropa aktiv und macht seinem Namen alle Ehre, denn anders als viele andere Gesellschaften, mit Renewables im Namen, hat die Renewables Infrastructure Group ausschließlich Anlagen im Portfolio, die erneuerbare Energien erzeugen und keine Gasleitungen oder ähnliches. Mit dem Ziel, den Anteilseignern in Zukunft inflationsgeschützte Dividenden auszahlen zu können, investiert das Unternehmen in über 70 Anlagen, die sich im Vereinigten Königreich, Frankreich, Schweden und Deutschland befinden. Dabei liegt der besondere Fokus auf Onshore-Windparks, aber auch Offshore-Windparks und Solaranlagen befinden sich im Portfolio des Unternehmens, ebenso wie eine einzelne Akkuspeicheranlage für Strom. Insgesamt hat das Portfolio eine Leistung von 1,5 Gigawatt, was der Leistung eines mittleren Atomkraftwerkes entspricht und gut 3 Millionen Menschen mit Strom versorgen könnte. Die Renewable Infrastructure Group beschäftigt selbst keine Angestellten, sondern hat sowohl die Investment-Tätigkeiten, also zum Beispiel die Selektion passender Anlagen für das Portfolio, als auch den operativen Betrieb, wie zum Beispiel die Wartung der Anlagen an andere Unternehmen, outgesourced und befindet sich somit in der komfortablen Situation, lediglich Liquidität zur Investition zur Verfügung zu stellen und anschließend Gewinne einzustreichen. Das Geschäftsmodell gefällt mir allerdings nicht nur aufgrund des hohen Ertragspotenzials, sondern auch, wenn man sich hier in einem regulatorisch sehr freundlichen Bereich bewegt und Staaten vermutlich eher Anreize für Investitionen schaffen, als dass hier übermäßig Steine in den Weg gelegt werden. Ein ökologisch gutes Gewissen gibt es noch on top. Die Renewables Infrastructure Group wird zurzeit mit einem leichten Aufschlag auf den Substanzwert gehandelt, der in etwa bei 8% liegt. Allerdings sind die NAVs hier deutlich weniger aussagekräftig, als zum Beispiel bei einem US-amerikanischen CEF, der in ständig neu bewertete, börsennotierte Aktien investiert. Es kann also sein, dass bei der nächsten Bewertung des Portfolios die Bewertung wieder absolut fair ist. Die Marktkapitalisierung der Renewable Infrastructure Group liegt bei 1,9 Milliarden britischen Pfund und momentan beträgt die Dividendenrendite gut 5%. Das Portfolio des Unternehmens teilt sich wie folgt auf. Den größten Anteil nehmen Onshore-Windparks mit fast 75% ein, gefolgt von Offshore-Windparks mit 13%. Ebenfalls 13% machen Solaranlagen aus. Die einzige Batterieanlage macht knapp 1% des Portfolios aus. Insgesamt lässt sich sagen, dass wir hier ein relativ konzentriertes Portfolio auf Windkraft haben und auch geografisch dominiert klar das Vereinigte Königreich. Sowohl die Diversifikation nach Segmenten als auch nach Ländern hat sich in der Vergangenheit verbessert und das Unternehmen möchte diesem Trend der besseren Diversifikation in Zukunft folgen, was ich sehr begrüße. Die kurze Dividendenhistorie seit 2013 war ausschließlich positiv und jedes Jahr wurden die Dividenden in etwa auf Inflationsniveau angehoben, was auch das erklärte Ziel war. Gezahlt wird übrigens quartalsweise in Form von 4 Zwischendividenden, was eher die Ausnahme als die Regel für britische Werte ist. Deutlich häufiger anzutreffen sind britische Werte mit einer großen Hauptdividende und einer kleineren Zwischendividende. Diese unterjährige gleichmäßige Ausschüttung begrüße ich als Einkommensinvestor natürlich sehr. Die Kursentwicklung ist sehr ähnlich wie die Ausschüttungsentwicklung, allerdings gab es zuletzt einen kleineren Kursausreißer nach oben, was dafür gesorgt hat, dass die erwartete Ausschüttungsrendite etwas gesunken ist. 5% Rendite halte ich bei einem so planbaren Cashflow immer noch für absolut fair. Abschließend lässt sich sagen, dass das Geschäftsmodell zukunftsträchtig ist, die Cashflows verhältnismäßig sicher sind und dass das Unternehmen eine Infrastruktur bietet, die für moderne Volkswirtschaften nicht mehr wegzudenken sind. Dennoch würde ich aufgrund der Übergewichtung vom Vereinigten Königreich und der Windenergie das Ganze nicht zu hoch gewichten. Für mich ist die Renewable Infrastructure Group eine tolle Beimischung für ein ansonsten ausgewogenes Hochertragsportfolio, welche man mit bis zu 2% gewichten könnte. Da viele Einkommensinvestoren vermutlich für den Energiebereich eher Unternehmen wie Royal Dutch Shell, BP oder MLPs haben, ist dies meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit der zusätzlichen Diversifikation in diesem wichtigen Bereich. Die Aktie der Renewable Infrastructure Group lässt sich mit dem Kürzel TRIG.L über die London Stock Exchange erwerben. Besonders günstig lassen sich Aktien übrigens mit dem Broker Cup Trader handeln, zu dem ich demnächst auch wechseln werde. Interessierte können sich über den Link in der Videobeschreibung übrigens auch ein kostenloses Demokonto eröffnen und überprüfen, ob Ihnen das Konzept zusagt. Neben den günstigen Handelskonditionen bietet Cup Trader aber auch steuerliche Vorteile, sehr viele Informationen über die Unternehmen, die man sonst bei Brokern nicht bekommt und zusätzlich hat man dort einen sehr professionellen Kundenservice. Das Ganze war jetzt selbstverständlich keine Anlage, Steuer- oder Rechtsberatung und jegliche Aussagen im Video geben lediglich meine persönliche Meinung wider. Für jegliche Schäden, die aus der Nutzung der von mir gegebenen Informationen entstehen, kann selbstverständlich keine Haftung übernommen werden. Viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen und ein glückliches Händchen beim Investieren. Euer Anton von DeWiDividende Der famohle Incredible Ondimas DeWiDividende Er43 Altyd